50 Super! Das Ding ja schlägt! Bitte schön dir einfach nicht zuhören! Dramatik! Dramatik! Hallo! 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 2 2 2 2 1 3 Ok Und das ist die Rundschwung bei der Helfer Was ist das? Ich dachte schon wann kommst du? Ja weil ich noch nicht scharf Es sind die Scherfte ziemlich hinten Das ist das Problem Könnt ihr mit die Helfer zuerst befreit haben? Ja ich hab das Gebot gesagt aber im Grunde ist es ihrs Und sie ist sowieso von mir gestärkert worden Von daher ist das bunt durcheinander Ja es war auch ein schönes Gebot hin und her Das ist ja echt Vor allem die Menschen sind sehr gut zufrieden Also wenn ich nicht geboten hätte Dann würde ich sagen Das war der Geruch Verkauf! Ja dann wäre auch noch für 4 Euro gegangen oder so Ja 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 Ja